Wir werden mit viel Quatsch, mit viel Spaß lustige Spiele spielen. Ich bin meistens sehr ernst. Du bist der Ernstere von uns beiden, da hast du völlig recht. Also Quatsch und alles. Eigentlich ist das hier todernst. Das geht hier quasi auch nicht um Firle-Fans. Sondern um Fans der Firle. Ja, richtig.